1, 2, 3, 4 Jeden Tag sind fast eine Million Menschen mit der SBB unterwegs. Zurück bleibt jede Menge Abfall. Mehr als 1.200 SBB-Mitarbeitende sorgen für saubere Züge und aufgeräumte Bahnhöfe. Sie beseitigen pro Tag über 100 Tonnen Abfall, 20 Tonnen Zeitungen, eine halbe Tonne PET-Flaschen und zehntausende von Zigarettenstummeln. Auch unsere Kunden helfen mit. Dafür sagen wir Danke mit einer Kampagne aus Abfall. Denn nur in sauberen Zügen und Bahnhöfen fühlt man sich unterwegs zu Hause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017